Bislang haben wir in diesem Diagramm den höchsten Wert des Gewinns dadurch bestimmt, dass wir den größten senkrechten Abstand der Erlösgeraden über der Kostenkurve suchten. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit. Man legt ein Lineal parallel zu Erlösgeraden und verschiebt es so lange nach unten, bis man eine Parallele gefunden hat, die die Kostenkurve tangiert. Der Tangentialpunkt liegt genau bei der Menge, die den Gewinn maximiert. Wenn das kein Zufall sein soll, dann bedeutet es, dass in einem Gewinnmaximum die Kostenkurve notwendigerweise den gleichen Anstieg wie die Erlösgerade besitzen muss. Das sollten wir uns mal genauer ansehen. Was wäre, wenn wir dem Gewinnbereich eine geringere als die gewinnmaximale Menge herstellen? Die Kostenfunktion verläuft an dieser Stelle flacher als die Erlösgerade. Das bedeutet, der Erlös steigt bei einer kleinen Ausweitung der Pizzamenge rascher als die Kosten. Dann muss aber der Gewinn zunehmen. In so einer Situation kann der Gewinn noch nicht maximal sein, denn es lohnt sich ja, die Produktion zu steigern. Führen wir den Gegentest doch mal bei einer größeren als der gewinnmaximalen Menge durch. Bei dieser Menge verläuft die Kostenkurve viel steiler als die Erlösgerade. Die Kosten würden dann stärker steigen als der Erlös und das schmälert den Gewinn. Hier lohnt es sich, die Produktion zu verringern. Dabei geht zwar der Erlös zurück, aber die Kosten sinken noch schneller. Da die Kosteneinsparungen die Umsatzeinbuße überwiegen, steigt der Gewinn. In einer solchen Situation sollte man also den Output verringern. Ist die Kostenkurve flacher als die Erlösfunktion, dann lohnt es sich, mehr zu produzieren. Ist sie dagegen steiler, sollte man weniger herstellen. Damit der Gewinn durch eine Änderung der Produktionsmenge nicht mehr gesteigert werden kann, müssen also Erlösgerade und Kostenkurve den gleichen Anstieg besitzen. Das ist damit eine notwendige Voraussetzung für das Gewinnmaximum. Die Kosteneinsparungen